Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 25. September 2024 und unser DAX hat sich hier nochmal ein schönes Stückchen nach oben gestreckt. Wir hatten, ja ihr hattet ja eigentlich die Analyse selber machen sollen. Ich erinnere euch, ich hatte mal gesagt, wenn er Montag hier wieder hochkommt, macht er am Dienstag dann noch das Gap zu und dann solltet ihr hier oben einfach noch zur Seite rumhambeln. Ja, auf der 9,80 irgendwas zur Seite wegschieben, wir hatten gesagt, so vielleicht so eine 50-Punkte-Spanne, ja ein bisschen mehr ist es dann schon geworden, wir können schon fast sagen, nach oben 50 und nach unten 50, das kommt sogar so ziemlich genau hin, habe ich vielleicht ein bisschen unklar formuliert, hat der DAX nicht richtig verstanden. Aber genau das ist es, was er machen sollte, das ist genau das, was er hier im positiven Szenario auch abliefern sollte, um dann eben weiter zu steigen, wir hatten ja auch darüber gesprochen, was müsste er machen, um ins negative Szenario reinzugehen. Da war die Rede von unter 8,80, scharfe rote Kerzen in der Ausprägung, wie wir es hier gesehen haben, am Donnerstag nach unten wegtreten, hart kurz hier drüber und alles nicht da gewesen, nichts da gewesen. Und so hieß es ja hier in der Analyse für den Dienstag, dass alles über 8,80 da jetzt erstmal Richtung Gap geht und wenn er das macht und das stehen bleibt, dass er dann am Folgetag auch die Chance auf neu hochkriegt. So hat man es gestern gesagt, dann kann ich dir jetzt auch nichts anderes erzählen. Ja, das heißt aus der Situation heraus, natürlich ist der höchste Tagesschluss aller Zeiten, es ist quasi ein Ausdruck der Stärke und der Kraft, hat natürlich die Möglichkeit, hier weiter Ruhig nachzustellen. Also wir haben jetzt das letzte Hoch hier bei, ja, da sind wir schon drüber, demzufolge haben wir nur die 1940, 1950, die da jetzt noch relevant wird, die können er dann zum Mittwoch jetzt anschießen und wahrscheinlich auch eher ruhig bleiben. Hat er gestern auch gesagt, aus der Ruhe heraus steigt er hier eher in so einer Situation, das wird sich jetzt auch den nächsten Tag nicht ändern, ja. Ja, das heißt immer, wenn ihr seht, dass der irgendwie ein bisschen ruhig wird, setzt euch nicht hin und sagt, der schafft das nicht, der kommt nicht weiter, der ist nicht stark genug, der ist, der, 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 der verweigert oder wie auch immer. Sowas liest man immer bei uns im Chat, auch von Mitgliedern, die wirklich schon lange, lange, lange mit dabei sind, aber es sind halt immer wieder die Signale, die dann nach oben auflösen, ja. Das ist einfach ganz typisch für ihn in den bullischen Marktphasen, dass er dann einfach ruhiger wird und damit steigt. Das heißt, solange er so ruhig bleibt, sollte man damit rechnen, dass immer wieder neue Hochs noch nachgestellt werden. Dann müsste er erst anfangen, dynamisch zu rupfen. Typischer Punkt wäre natürlich jetzt wieder von dem neuen Hochs. Jetzt hat er die letzten Allzeithochs immer wieder weggeprügelt. Ist jetzt Mittwoch mehr, Mittwoch ist jetzt vom Timing her eher ein Tag, der durchzieht. Ja, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also, da sollte schon wirklich ein gutes Signal dann auch zünden. Nicht, dass jetzt alle da sitzen und auf das neue Allzeithoch shorten. Nachher steht er bei 200 am Tagesende. Ähm, aber grundsätzlich, ja, ich würde das verstehen, wenn jemand sagt, er schrottet das neue Allzeithoch weg, weil, worum geht es bei der Charttechnik? Es geht bei der Charttechnik darum, Regelmäßigkeiten, Wiederholungen, äh, typische Abläufe, irgendwie in den Trade reinzupressen. Und hier muss man ganz klar sagen, jetzt wurde jedes Allzeithoch abverkauft. Das geht ja letztendlich schon eigentlich seit gut, gut, ein halbes Jahr so, ja. Also, immer wieder, wenn ein neues Allzeithoch kam, wurde das immer wieder runterverzogen. Deswegen könnt ihr es verstehen, ich würde so nicht handeln, ja, auch nicht zum Mittwoch, weil ich, ähm, eher sagen würde, okay, das Risiko ist jetzt hier eher noch nach oben gerichtet. Auch die Nervosität der Leute, die Frustrationsschwelle, die ist einfach auch da, ja. Da sind viele so ein bisschen angepisst, dass der da so steigt und nicht einfach jetzt hier fällt. Und sie wollen doch hier alle short oder es sind schon short drin, haben sich hier, viele haben sich hier unten ködern lassen, dann kam er jetzt runter. Dann dachten sie, sie kommen vielleicht noch davon, wieder hochgedreht, dann hier unten nochmal angezogen, das hat auch nochmal so ein bisschen Hoffnung gebracht. Und dann aber direkt wieder umgekehrt, dass, dass, da merkt man richtig, wie bei dem einen oder anderen die Kotze halt richtig im Hals steckt. Das merkt man, das spürt man auch, wie die Leute E-Mails schreiben und, 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 und generell unterwegs sind. Und von daher ist hier schon noch ein bisschen das Risiko da, dass der E-Sig eben einfach nach oben noch ein paar Punkte holt. Ja, das muss man in so einer Situation einfach sagen. Grundsätzlich von der Trendlinie sind wir begrenzt. Wir sind jetzt wieder an der Trendlinie, die uns jetzt hier schon zum dritten, vierten Mal abgewiesen hat. Deswegen können wir auch mal durchsprechen, was passiert vielleicht, wenn er nach unten arbeitet. Sollte nach unten arbeiten und hier überhaupt nicht über der 19.000 rausarbeiten am Mittwoch, sondern komplett nach unten durchgehen und auch so eine 900 unterbieten, würde ich davon ausgehen, dass wir das Gap zumachen. Dann hat er nochmal so ein Fenster bis 8,60. Ja, auch von hier eins, zwei, drei Stufen, Schritte nach unten. Ja, es wird schon eher knapp mit einer 8,60. Ja, könnte vielleicht wirklich bloß der Gap los werden. 8,70, das wäre dann nochmal Support. Das heißt, geht er direkt nach unten, geht da auf die 8,80, macht das Gap hier zu, wäre das erstmal einen Support nach oben, könnte sich dort aufdrehen und höher steigen. Tut er das aber nicht, wäre das dann tatsächlich ein Verweigern. Ja, da wäre ich dann dabei, um zu sagen, okay, das ist hier ganz klar jetzt Verweigern. Und dann wird er sich wieder Chancen aufmachen auf 8,60, muss er aber so auch erstmal bringen. Ja, so wie er steht und so wie die Leute sind, ich will ja nicht, dass, manche denken auch immer, ich rede den Markt ihnen dann so in den Verlust rein. Ja, das will ich gar nicht bezwecken, aber es ist halt das, was der Markt halt einfach immer macht. Ja, und meine Aufgabe letztendlich ist es ja, das für euch zu bewerten und aufzubereiten und eben auch den Blick ein bisschen hinter die Kulisse zu zeigen, ja, wie sind die anderen so drauf, wo geht so ein bisschen der Riecher hin, weil das ja schon auch wertvoll ist halt, so ein bisschen zu gucken, wie tickt die Masse gerade. Und von daher würde ich denken, hier kann oben noch ein bisschen was kommen. Ja, und so Mittwoch, wie gesagt, wäre so ein typischer Tag, um da auch mal ein paar Punkte wieder zu schaffen. Ein bisschen schwächer dürfte dafür reinkommen, das wäre jetzt nicht verboten, aber ich glaube ja schon mal fast gar nicht, dass er es macht. So ruhig, wie der jetzt hier oben macht, sind bestimmt schon wieder ganz viele aus ihren Lungs rausgegangen, weil es ihnen zu lange gedauert hat. Andere sind schon wieder short reingesprungen, der kommt ja bestimmt sogar noch mit dem Sprung nach oben rein. Ja, würde ich eher denken. Und ja, wenn er sich dann auf der 1950 etabliert bekommt, das ist 1951 die nächste, dann 1920 die nächste. Ja, und wie gesagt, da muss gar nicht alles jetzt am Mittwoch kommen. Stück für Stück in der Ruhe liegt da tatsächlich die Kraft, so kann man das hier wirklich sagen. Und ja, ansonsten unter 69 kriegt man einen leichten Hauch Richtung Gebklos. Ja, unterhalb von 69, leichter Hauch Richtung Gebklos. Mehr kann ich hier gar nicht mitgeben. Würde das damit auch sein lassen. Letzten Analysen waren ja dann doch ein bisschen umfangreicher oder länger auch von der Zeit her. Und deswegen, hier ist jetzt alles gesagt, was gesagt werden muss. Machen wir die Analyse zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Wünsche euch.